Trainerwechsel beim FCK Dimitri Oskar Motsis ist nicht länger Trainer des 1. FCKs Slautern. Nach 5 Niederlagen aus 6 Ligaspielen muss Dimi trotz Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal den Verein verlassen. Bereits nach der 1-2-Niederlage vergangenen Samstag gegen den SC Badaborn machten die Fans ihrem Ärger Luft. Heute wurde seitens der Vereinsführung reagiert. Neuer Mann an der Seitenlinie wird Friedhelm Funkel. Der 70-Jährige kehrt somit nach über 40 Jahren zum FCK zurück, bei dem er als Spieler 89 Mal auf dem Platz stand und beim 5-0 gegen Real Madrid mit einem Doppelpack Geschichte schrieb. Nun lautet seine Mission Klassenerhalt. Dass er weiß, wie Abstiegskampf geht, hat er in seiner langen Trainerkarriere mehrfach bewiesen. Zuletzt in der Saison 2020-2021 mit dem 1. FC Köln. Und ganz nebenbei hat er auch noch die Chance, mit dem FCK ins Pokalfinale einzuziehen. Meiner Meinung nach ist es eine absolute Top-Verpflichtung. Und man merkt sofort die positive Stimmung rund um den Verein. Was sagt ihr zum Trainerwechsel? Schreibt es gerne unten in die Kommentare.